Willkommen in den Off-the-Road Studios zu Leipzig. Zu Gast heute ein Musikduo aus Chemnitz namens Düse. Jari und André gereift und gestählt durch Jahrzehnte sozialistischer Erziehung und immer noch schwer erfolgreich im Kampf gegen das Kapital, das eigene. Jari und André, zwei wie Bibi und Tina, ewig schnatternd, schlecht frisiert und einzeln nicht lebensfähig. Zum Zeichen ihrer inneren Verbundenheit haben sich die Düse-Schwestern Reste von alten Obertrikotagen zusammengehäkelt. Jeder eine Hälfte süß. Tja, man hatte ja nichts damals in Karl-Marx-Stadt. Kennengelernt haben sich die beiden schon als Jungpioniere, als sie mit der Wandergitarre Arbeiterkampflieder im Altersheim kredenzten. Schon damals entdeckte man die gemeinsame Vorliebe für inhaltsleere Musik. Ja, sogar in Amerika hat man ihnen ein paar Pennys in den Hut geschmissen und mit dem Geld konnten sie sich nun endlich diese Aufnahmen leisten und haben sich zur Verstärkung einen Mundartisten eingeladen. Ich werde diesem Schauspiel jetzt beiwohnen müssen, empfehle ihnen jedoch dringend, es mir nicht gleich zu tun und spätestens jetzt abzuschalten. Geräusche Werb Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020